Guten Abend und herzlich willkommen zu Tasteful MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um jenes Spiel, jenes Kunstwerk, welches von so vielen von uns verehrt wird. Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Meine lieben Ehrengäste, ein Bild, so meint der fehlinformierte Volksmund oft, sagt mehr als tausend Worte. Aber nicht in diesem Podcast. Hier sagen wir beide heute nämlich mindestens tausend Worte zu sechs ganz besonderen Bildern und einem noch ganz spezielleren Künstler. Begleitet uns auf einer Reise durch die visuellen Höhepunkte des Jahres 2020. Wir prämieren die besten, herausragendsten, signifikantesten IllustratorInnen des vergangenen Jahres. Sie nehmen jeweils 35 Prozent einer Magic-Karte ein und 100 Prozent dieser Episode von Tasteful MTG. Bügel die Hemden, holt die Kleider aus der Reinigung. Heute gibt es Lachs. Wir wünschen viel Vergnügen. So, da sind wir wieder in 2021. Hallo Geis. Hallo Martin. Herzlich willkommen in diesem Jahr. Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt vor dieser heutigen Episode. Ja, ein bisschen aufgeregt, weil es mir ein wichtiges Thema ist. Wir prämieren heute den MTG Illustrator of the Year 2020. Vielleicht willst du kurz erzählen, was es bedeutet? Auf jeden Fall, Geis. Also 2020 sagt ja schon mal, es gibt auch ein 2021. Das ist der jährliche wiederkehrende Preis für den besten Illustrator und die besten Illustrationen des abgelaufenen Magic-Jahres. Wir haben uns gedacht, in diesem Podcast legen wir auch so ein bisschen Wert auf die Präsentation des Spiels, auf die schönen Aspekte, auf die schönen Dinge des Spielens. Und da gehören die Illustrationen für uns ganz eindeutig dazu. Habt ihr vielleicht auch in den letzten Folgen schon so ein bisschen gemerkt. Ja, und da haben wir uns Ende letzten Jahres gedacht, gucken wir doch mal durch, was denn letztes Jahr an neuen Karten so rausgekommen ist und neuen Illustrationen und würden die gern prämieren nach Kriterien, die wir euch gleich erzählen. Ja, ich bin aufgeregt, weil es ist ein wirklich wichtiges Thema. So eine Magic-Karte, wenn man so drauf schaut, dann sieht man so auf den ersten groben Blick, die Hälfte der Karte ist so eine Textbox. Und diese Textbox, über die kann man super sprechen, weil da steht Text drin, über den man sehr, sehr gut mit Worten sprechen kann. Und die andere Hälfte, nämlich ich hab's mal genau ausgerechnet, ja, also diese 35 Prozent, die ich genannt hab, ist tatsächlich ungefähr der Anteil der gesamten Karte inklusive Frame. Das ist diese Illustration. Und beides hat auf vollkommen unterschiedliche Art und Weise einen extrem wichtigen Einfluss auf, welche Karten finden wir gut, welche Karten wollen wir spielen, spricht uns das Spiel an, haben wir Spaß dabei, ne, und es ist so schwer darüber zu sprechen, was es ist, dass wir so toll daran finden. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, als Tasty MTG eben auch so ein bisschen zu kultivieren, über diese Kunstwerke zu sprechen. Das sind nicht nur Illustrationen, das sind auch oftmals wirkliche Kunstwerke dabei und die muss man zu schätzen wissen und es ist total schwierig, finde ich, darüber zu sprechen und zu beschreiben, guck mal, das ist aus dem und dem Grund vielleicht besser als das und das zum Beispiel. Ja, das geht mir ähnlich. Also es ist ein wichtiges Thema und ich hab auch den Zugang zu Magic, hatte ich ja schon in der vorherigen Folge auch erzählt, über die Illustration und die Grafik gefunden. Und für mich funktionieren Karten auch am besten, wenn sie das widerspiegeln, was halt mechanisch passiert. Und da gab's in den letzten Jahren ganz tolle Illustrationen, auch neue Ansätze von Magic oder von Wizards, wie man Illustrationen auf Magic-Karten machen kann. Da sagen wir vielleicht auch gleich noch was dazu. Und das hat mich dann auch nochmal mehr in dieses Spiel reingezogen. Und ja, natürlich auch mit Sonderprodukten, auf die wir auch gleich noch eingehen werden, hat man da diesen Level nochmal ein bisschen erhöht. Und Magic the Gathering vereint die besten Fantasy-IllustratorInnen der Welt. Punkt. Es ist ein Traum eines jeden Illustratoren, einer jeden Illustratorin, mal eine Magic-Karte zu zeichnen. Also zumindest wenn man so im Fantasy-Genre unterwegs ist, behaupte ich jetzt einfach mal, beziehungsweise kriegt man das von allen möglichen IllustratorInnen, die für Magic zeichnen dürfen, immer wieder gespiegelt, dass das Dream come true ist und die ganz großen Vorbilder alle schon mal für Magic auch irgendwie gezeichnet haben. Und ja, 2020 hat viele Dinge sehr, sehr richtig gemacht, die, ich sag mal, 2019 etabliert wurden. Du hast es gerade schon angespielt, vermutlich meintest du die Showcase-Frames? Die meinte ich genau, die wir in Eldraine zum ersten Mal gesehen haben. Es ging in Eldraine los. Und was die gemacht haben für die Illustrationen, ist im Grunde Platz geboten für mehr Illustrationen, mehr IllustratorInnen, die zeichnen können pro Set. Und es ist eigentlich erstaunlich, weil wirklich diese Karte ist halt wirklich ein sehr begrenzter Raum, du hast es am Anfang genannt. Und man hat halt wirklich nur diese Elemente, die man da gestalten kann. Und der Rahmen ist dann auch nicht so weit weg vom Bildrand. Also da ist schon der Platz sehr beschränkt. Und man kann jetzt auch auf der Rückseite, also vielleicht dazu nochmal ein ganz kurzer Satz von mir, man kann auf der Rückseite halt nicht so viel machen, weil die halt festgelegt ist. Also um vielleicht so eine Identität zu schaffen, auch für ein Set, was vielleicht andere digitale Spiele schaffen, wie Hearthstone oder so, mit der Rückseite dann auch gleich so ein Flavor für die Welt zu machen, geht halt hier nicht. Das muss halt alles auf der Karte, auf der spielbaren Seite der Karte stattfinden. Und da haben diese Showcase-Frames eben nochmal so eine Tür geöffnet, um zu sagen, hier können wir diese Welt auch nochmal ein bisschen anders darstellen. Ja, absolut. Und da war 2020 natürlich wieder besonders cool, weil sie es auch in diesem Jahr geschafft haben, eine neue Art von doppelseitiger Karte wieder zu etablieren mit den modalen doppelseitigen Karten. Um da wieder diese Rückseite eben zu nutzen für neue Illustrationen, manchmal von demselben oder meistens, glaube ich, von derselben Künstlerin gestaltet wie die Vorderseite. Das ist schon ziemlich cool. Es gab natürlich auch Extended Art Frames, ja, über die haben wir in der letzten Folge ganz kurz in der Vorspeise gesprochen, ja, also die in den meisten Fällen, jetzt 2020 muss man eigentlich sagen, war es nicht mehr Kunstwerk bei einem Extended Art Frame zu sehen als im normalen Frame. Ja, man hat das Kunstwerk einfach nur ein bisschen vergrößert. Aber trotzdem, ja, verleiht man der Karte damit nochmal ein ganz anderes Anklitz. Und, ja, was 2020 natürlich das riesige Ding war, auch wenn es 2019, Ende des Jahres 2019 schon losging, waren halt die Secret Lairs. Ja, ich weiß nicht, hast du dir welche gekauft inzwischen mal? Ich glaube, du hast welche. Ja, ja, ich habe mir den ersten Schwung gekauft, das erste Bundle, was letzten Jahres rausgekommen ist, was natürlich erst dieses Jahr ankam, ne? Aber diese, da werden wir später nochmal was dazu sagen, die zählen wir offiziell zum Jahr 2019, weil sie dort angekündigt wurden, so wie die Secret Lairs des Jahres 2020, die erst nächstes Jahr ausgeliefert werden, mit offiziell zum Jahr 2020 zählen. Und es gab viele Secret Lairs dieses Jahr. Oh Gott. Und ich denke, das ist ein bisschen the good, the bad and the ugly und auch die, über die keiner sprechen möchte. Punkt ist, diese Karten, diese zum Großteil Reprints, haben wiederum neue Fläche geschaffen für IllustratorInnen, zu zeigen, was sie können. Und Kunstwerke zu drucken auf Magic Karten, mit denen wir spielen können. Hast du welche? Du hast welche. Doch, du hast diese. Ja, erzähl mal. Ich habe auch welche, genau. Also ich habe mir welche gekauft. Das sage ich jetzt noch nicht, welche das sind, weil das ist später auch noch relevant für die Preisverleihung. Aber ich sehe das auch so als so eine Leinwand für die Illustratoren, wo sie sich wirklich mal austoben können. Also sie kriegen quasi wie so eine weiße Fläche. Und jetzt haben wir es ja auch gesehen mit den Secret Layers, die jetzt noch nicht ausgeliefert sind, aber bestellt werden konnten, mit den Heavy Metal Postern zum Beispiel. Also wo wirklich auch dieser ganze Rahmen und dieser Aufbau von Karten aufgebrochen wird und wirklich so ganz wild auf dieser Fläche gearbeitet werden kann. Und das haben die Secret Layers auf jeden Fall geschafft, dass sie quasi nochmal so eine andere Illustrations-Kunstrichtungsmöglichkeit aufgemacht haben für IllustratorInnen. Eine Sache hat 2020 noch gebracht, die es im Jahr zuvor nicht gab. Ich denke da an diese Godzilla-Varianten in Ikoria. Ja, also man hat die Karten genommen, die im Set sind und hat denen einfach ein komplett neues Antliss gegeben. Das ist kein Showcase-Frame oder irgendwas, sondern man hat einfach ein anderes Thema obendrauf gepackt. Und ich war von mir selber überrascht, wie cool ich das fand. Ja, wenn man immer noch die echte Magic-Karte hatte, die in das Magic-Universum perfekt reingepasst hat. Und dann gab es eben noch die, wo Godzilla drauf ist. Ja, irgendwie passte ja ein Magic rein, aber das sind halt Hochhäuser drauf und es ist nicht die Magic-Welt. Aber irgendwie war das spannend und irgendwie war das eine fantastische, ja, ziemlich gewiefte Idee von Wizards. Brandmäßig natürlich, ja. Ganz, ganz neue, ganz, ganz neue Kollaborationen dahingehend zu schaffen. Aber eben auf diese Magic-Karten, in den Magic-Karten-Frame Bilder reinzubringen, die in dieser Welt ungewöhnlich sind, die man nicht kennt. Ich denke da vor allem natürlich an den Space-Godzilla. Ja, den Corona des Todes. Ja. Corona, der irgendwie herauskam dieses Jahr, hat das Ganze, dieses ganze Thema sicherlich auch sehr, sehr, sehr populär über die Welt von Magic hinaus gemacht. Ihr seht schon, also es gibt sehr viele Aspekte, wie man über Illustration auf Magic-Karten 2020 reden kann. Und ja, ihr werdet auch gleich sehen, dass wir uns nicht leicht getan haben mit der Auswahl für unsere Preisträgerinnen und Preisträger. Wie wir das gemacht haben, kehren wir gleich in der Vorspeise. Aber erst mal, Martin, es ist ein festlicher Akt. Es ist ein hoher Tag, möchte ich sagen. Und ich habe uns eine Flasche Cremant-Kühl gestellt. Oh, super. Mach mal auf. Hm, der Perl schön. Martin, Frage an dich. Wie hast du dich durch diese unzähligen Illustrationen hindurchwühlen können? Ja, das ist unsere kleine Vorspeise, so eine kleine Präambel. Wir haben dafür benutzt die tolle Suchmaschine Scryfall. Wir haben sie schon öfter erwähnt, ihr kennt sie wahrscheinlich auch alle, ihr benutzt sie wahrscheinlich alle. Wir wollen aber trotzdem noch mal darauf hinweisen, wie toll Scryfall eigentlich ist. Also wer den Gatherer kennt, der will den Gatherer nicht mehr kennen. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Tag. Es fühlt sich wie ein Affront an in der Google-Suche, wenn ich nach einer Magic-Karte suche und dann wird mir der Gatherer angezeigt, denke ich so, weg, wie kann ich es aus meiner Google-Suche ausschließen, dass mir die Seite nicht angezeigt wird. Ja, also diese Suchkriterien, die der Gatherer anbietet, die Frühstücks-Cryfall, ja, zum Frühstück offensichtlich. Man kann einfach viel komplexere Suchanfragen stellen. Es ist alles verteckt. Es ist eine unglaublich tiefgehende Syntax-Suche möglich, mit verknüpften Bedingungen. Also man kann sich quasi, wenn man ein Deck baut, man kann sich alle Karten in der Farbidentität seines Commanders anzeigen lassen, die ein Zombie sind und die was mit Plus-1-Plus-1-Countern machen und die von Illustrator XY gestaltet wurden. Also man kann wirklich Suchen hintereinander schalten. Man kann die abstrusesten Suchen starten und das ist einfach perfekt für den Deckbau aus meiner Sicht. Und man kann tatsächlich suchen, Illustrationen aus dem Jahr 2020. Die neu sind, unabhängig davon, ob die Karte reprintet wurde oder nicht. Was war noch in den Suchen mit drin? Dann haben wir natürlich noch ein paar Kategorien mit eingefügt. Ja, ich glaube, das waren die Dinge. Tokens noch, dass die Tokens auch mit drin sind. Ja, genau. Das haben wir auch noch mit, die Extras noch mit. Die Extras, wie es bei Scrifall heißt, mitgesucht haben. Also wenn ihr mal Karten sucht und euch einfach mal inspirieren lassen wollt, gebt einfach mal ein paar Suchbegriffe ineinander ein, sagt, was in den Mechaniken vorkommen soll und seid überrascht, was für Karten euch da ausgespuckt werden. Also es ist toll. Es gibt einen tollen Syntax-Guide von Scrifall, der zur Verfügung gestellt wird, wo man mit Beispielen ziemlich schön übersichtlich sehen kann, wie man diese Suchmaschine bedient. Und wir werden auf jeden Fall auch den Link hinterlassen, den wir genutzt haben, um uns eben durch die vielen, vielen Kunstwerke aus dem Jahr 2020 hindurchzuwühlen. Genau, das vorweg. Und dann würde ich sagen, Geis, können wir auch direkt schon zur Hauptspeise kommen. Was hast du denn rausgesucht? Bei jedem hohen Event gibt es Larks. Und wer dieses Zitat versteht, der schreibt mir eine E-Mail und kriegt eine Rare von mir geschenkt. Also ich verstehe es nicht. Aber. So, bevor wir jetzt die Bewertungen angehen, müssen wir natürlich erst mal erklären, wie haben wir denn bewertet? Wie stellen wir sicher, Geis, dass wir den richtigen MTG Illustrator of the Year 2020 Award verleihen und auch die richtigen Illustrationen bewerten? Wir haben es gemacht. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, sagt man so schön. Aber wir haben natürlich versucht, diesen recht subjektiven Blick auf ein Kunstwerk so ein bisschen auch ein System mitzugeben. Also dass wir nicht komplett nur Sachen rausgesucht haben. Das gefällt mir am besten. Und die fand ich richtig gut. Und dann fand ich noch die gut. So soll es natürlich nicht sein. Also nicht nur. Nicht nur. Aber das werdet ihr selbstverständlich auch hören. Wichtigster Aspekt, die Magic-Karte ist relativ klein. Diese Kunstwerke, die darin geschaffen werden, die werden digital geschaffen. Dann kann man sie beliebig groß vergrößern. Oder sie werden in Öl gemalt. Dann sind die, keine Ahnung, haben eine Diagonale von einem halben Meter oder so. Oder manchmal noch mehr. Wichtig ist, dass die Illustration in verschiedenen Größen funktioniert. Also vor allem natürlich in der Größe einer Magic-Karte. Und das ist zwei Zoll mal anderthalb Zoll. Aber so ein richtig geiles Kunstwerk, das kann man sich eben dann auch als Arena-Werbebanner, als Desktop-Hintergrund, als Playmat in unterschiedlichsten Formaten anschauen und findet es nicht minder gut. Also die Illu muss in verschiedenen Größen funktionieren. Dann haben wir auch gesagt, vermittelt die Illustration ein Gefühl für das Setting und die Welt, auf der es spielt. Also wird der Flavor eingefangen? Wie stimmungsvoll ist das dargestellt? Was dargestellt werden soll? Und da kommen natürlich auch subjektive Gedanken so ein bisschen rein. Aber man kann schon auch ausgehend von der Welt, dem Set, also es wird ja für jede Welt, wird ja so ein Worldbook erstellt. Wie sehr, wie gut ist das da getroffen? Oder vielleicht auch, wie künstlerisch wird das interpretiert? Also wir haben auch ein paar Preisträger drin, Preisträgerinnen, die davon bewusst abgewichen sind und es trotzdem aber wunderbar in diese Welt passt. Dann geht es natürlich auch darum, wie die Illu technisch gelungen ist. Ja, mit technisch meinen wir jetzt nicht zwingend, ob der Computer dreimal abgestürzt ist beim Bearbeiten, sondern natürlich geht es um Komposition der einzelnen Bildelemente, es geht um den Bildaufbau und es geht natürlich auch um Farben, die verwendet wurden, um den Kontrast, wie kontrastreich das Bild ist oder sein soll, was uns das vermittelt. Das ist sicherlich auch super wichtig, wobei ich hier sagen muss, dass was Technik anbelangt, es gibt keine technisch schlechten IllustratorInnen im Magic mehr. Das war vielleicht früher mal der Fall, vielleicht auch nie der Fall, aber das ist etwas, das habe ich kaum gefunden, wo ich gesehen habe, also die ist schön, die Illustration, aber technisch, meine Fresse, da ist ja alles schief gegangen, findet man kaum, ist aber sicherlich etwas, wo wir genau auch hinschauen. Und zuletzt, ja, auch noch mal, wie wird die Mechanik der Karte beziehungsweise der Flavor der Karte jetzt nicht auf die Welt betrachtet, sondern auf die spezielle Mechanik, den Mechanismus der Karte betrachtet, auf der Karte dargestellt? Das war auch noch was, was wir uns angeguckt haben. Das ist nicht immer etwas, was die IllustratorInnen in der Hand haben, das muss man fairerweise zugestehen, aber es hilft der Illustration natürlich auch noch mal zusätzlich herauszukommen, ja, die kriegen ein Assignment von einem Art Director, oftmals benennen sie diese Art Direktion auch noch mal, wenn sie irgendwie ihre Sachen veröffentlichen und sagen, hey, ich habe die und die Karte gemalt, Art Direktion war übrigens die und die Person bei Wizards, und dann schreiben sie oftmals auch noch den Satz oder die zwei Sätze mithin, die ihnen vorgegeben wurden. Und manchmal sind die Informationen etwas umfangreicher, manchmal weniger umfangreich. Wir gucken allerdings trotzdem hin, wie sich die Illustration in die Gesamtkarte einfügt. Denn wir begreifen, das schaffen dieser Illustration eben auch als ein Gesamtkunstwerk, wenn man so will. So, nach diesen Kriterien, da würden wir jetzt Karten bewerten. Und jetzt muss man aber ganz kurz noch mal ein paar Zahlen nennen, welche Karten wir überhaupt zur Auswahl hatten. Und ja, wir haben das mal rausgesucht, beziehungsweise die Skryphal-Suche hat es uns rausgesucht, und wir sind tatsächlich gekommen, und uns wurde geliefert 1.801 neue Illustrationen. Wenn man die Tokens und die Art-Cards und was noch alles dazugehört, dazurechnen, sind wir bei 1.876 neuen Illustrationen im abgelaufenen Jahr 2020. Stell dir das vor! Ich hab kein Gefühl dafür gehabt, bis ich angefangen hab, diese Skryphal-Suche durchzugehen. Und das bestätigt eigentlich auch das, was du gesagt hast, dass das halt wirklich, dass Wissert wahrscheinlich der größte Auftraggeber für Fantasy-Illustrationen in der Welt ist vermutlich, weil, ich muss mir mal vorstellen, fast 2.000 Illustrationen wurden neu geschaffen, und welches andere Produkt, welches andere, also der Buchcover kannst du 2.000 Fantasy-Bücher bedrucken jedes Jahr. Also mit diesen Karten hat Wissert schon was, hat schon eine Leinwand geboten für Illustratorinnen. Ja, und da geht auf jeden Fall auch eine ganze Menge Kohle von denen hin, das muss man einfach sagen. Also Illustrationen ist immer super aufwendig, wenn so viele Leute angestellt quasi, also beauftragt, das ist schon Wahnsinn. Und auch wenn es am Ende nur ein Stück Papier ist, das, was man auf diesem Papier sieht, da ist sehr, sehr viel Schweiß reingeflossen. Ja, genau. Punkt. Du bist einfach baff. Ja, ich bin ein bisschen baff. Und natürlich auch der schieren Fülle gegenüber total baff. Man kann es auch noch runterbrechen, das geht ja nicht ganz auf, weil es natürlich doppelte Typen gibt von Karten. Aber wenn man es mal runterbricht und einfach direkt nach diesen Typen sucht, sind es 269 Länder, 1.006 Kreaturen, was der Großteil der Karten dann ist, 70 Planeswalker, 176 Instants, 149 Sorceries, 137 Enchantments und 107 Artefakte. Ja, und absurd, ne, wenn man diese 1.006 Kreaturen daneben sieht, wirkt der Rest, also, ne, wenn ich überlege, es ist nur ein Zehntel so viele Artefakte wie Kreaturen drin, dann, gut, das klingt erstmal eigentlich ganz gut, so wie ich es sage, klingt das irgendwie verhältnismäßig, aber es sind schon wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Kreaturen in dem, in dem Set, ne. Und wenn man das Gefühl hat, die Planeswalker, die dominieren alles, auf jeden Fall nicht den Großteil der Illustrationen von 70.006. Das kleine Aschjog. Okay, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Die erste Kategorie ist welche, Guys? Ich würde sagen, bevor wir sozusagen den MTG Illustrator of the Year küren, vergeben wir noch drei beziehungsweise vier weitere Preise und ich würde die einmal ganz kurz erwähnen, damit die lieben Zuhörenden genau wissen, was hier los ist. Wir vergeben einen Preis für die beste Illustration eines Landes. Wir vergeben einen Preis für die beste Nicht-Kreaturen-Karte und Nicht-Planeswalker-Karte, denn wir vergeben auch einen Preis für die beste Kreaturen, den besten Planeswalker, haben dabei so ein bisschen an die figürlichen Illustrationen quasi gedacht. Und zusätzlich zum MTG Illustrator of the Year 2020 vergeben wir noch einen kleinen Preis für den Newcomer. Man muss zusagen, nicht nur einen Preis, sondern in diesen vier Kategorien bis auf den MTG Illustrator of the Year kürt jeweils jeder von uns eine Karte, einen Illustrator, eine Illustratorin. Und nach dieser Vorrede würde ich sagen, Martin, leg los, ich bin ja mega gespannt, denn, auch wenn wir versuchen, gut vorbereitet zu sein, ich weiß nicht, was du ausgewählt hast und ich freue mich sehr, es jetzt zu erfahren. Mein bestes Land 2020 ist ein Standardland. Es ist eine Ebene aus dem Set Ikoria, also dem zweiten Set, das 2020 rausgekommen ist. Es trägt die Setnummer 262 und wurde illustriert von Jesper Eising. Ja, Eising. Herzlichen Glückwunsch, Jesper Eising. Genau, Jesper Eising kennt man vielleicht, kennt ihr sicher. Er hat viele Illustrationen schon gemacht für das Spiel, insgesamt 186 und ist seit 2007 mit an Bord. Für Lorwin hat er die ersten Illustrationen gemacht. Im letzten Jahr hat er 32 neue Karten dem Spiel hinzugefügt und man erkennt ihn so an diesen ja so ein bisschen spitz zulaufenden Haaren, Zähnen, Falten von Kleidung. Also das ist so ein bisschen sein sein Erkennungsmerkmal. Also zumindest für mich war es das. Farbe Farben auf jeden Fall. Genau und das sieht man auch auf dem Land, das er illustriert hat. Es ist ja so eine Savannenartige Landschaft, also mit einem ganz tollen roten Himmel, Sonnenuntergang über der Savanne und daran hat es mich auch so ein bisschen erinnert. Es hat so dieses diesen Afrika Afrika-Vibe, der da so ein bisschen rüberkommt und ja, hat mich einfach total, total angesprochen, als ich mir die Länder angeguckt habe und es hat so eine kraftvolle, positive Illustration und habe ich jetzt auch in mehreren Decks verbaut, dieses Land, weil es mir wirklich so gut gefallen hat. Ah ja, tatsächlich. Vielleicht noch ein paar Worte zu Jesper Eising. Er ist 73 in Dänemark geboren, also ist Däne, wohnt auch noch in Dänemark, war ein Riesenfan von Dungeons & Dragons und als er das zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, war es dann für ihn fest, er möchte jetzt Fantasy-Illustrator werden und ja, hat es dann auch professionell, ist es auch professionell angegangen, hat es studiert, dänische Literatur und Kunstgeschichte hat er studiert und hat es aber abgebrochen, um halt freiberuflicher Künstler zu werden und ja, es ist ganz gut für ihn ausgegangen, würde ich sagen. Er hat ein gutes Jahr gehabt auf jeden Fall. Er hat ja auch die Playmat für die Command-Zone irgendwie gestaltet und war bei denen zu Gast bei Game Nights. Mit dem lila Drachen, ganz tolle Playmat. Ich weiß nicht, hast du die gekauft? Nee, nee, nee. Ich, Jesper Eising, können wir nochmal in Ruhe drüber sprechen, aber ich bin nicht der größte Jesper Eising-Fan, das heißt nicht, dass ich ihn nicht mag, aber, ähm, der hat für mich nicht den hohen Wiedererkennungswert, oftmals so, ne, ich lese den ständig, aber immer so habe ich das Gefühl, ach, ach, schon wieder ein Jesper Eising, ah ja, okay, okay. Der würde auch gut in die ganze Hearthstone-Welt hineinpassen, was nochmal ein Thema für sich ist, aber der ist mir manchmal ein bisschen zu kunterbunt. Ich mag es manchmal, wenn so ein bisschen, so ein bisschen expliziter, ein bisschen konkreter, so ein bisschen, äh, naturalistischer. Für mich war das tatsächlich auch ein Grund, ähm, also ihm das, den den Preis zu geben für das Land, weil ich diese Vielseitigkeit eigentlich sehr schätze, also ich hatte das Land rausgesucht, ohne jetzt auf den Namen tatsächlich erstmal zu gucken, also so haben wir es wahrscheinlich bei vielen Illustrationen erstmal gemacht und geguckt, was ist denn cool. Ja, ja, absolut. Und ich war dann überrascht, dass das ein, äh, eine Jesper Eising-Karte war, weil wie du schon gesagt hast, ähm, er hat, er ist dann doch sehr vielseitig, ich, wie gesagt, erkenne ihn dann doch bei den figürlichen Illustrationen an diesen, an diesen Spitzen, äh, war aber dann, wie gesagt, trotzdem überrascht, dass dieses, dieses Land und auch andere Karten halt von ihm, so vielseitig illustriert wurden und, ähm, ja, fühle mich eigentlich ganz wohl mit der Auswahl. Ist, finde ich wirklich witzig, weil der ist ein Kreaturen-Illustrator, ne? Ein bisschen, der erinnert mich auch immer an Philipp Burboran und so, ne? Ja, genau. Wie du schon sagst, die, die ganzen Spikes und so an den Kreaturen dran, ähm, von daher, schön, finde ich auch, das ist, das ist, ähm, ähm, finde ich witzig einfach, dass du ihn, dass du ihn für ein Land prämiert hast. Genau, und ich dachte, ein Standardland ist vielleicht auch schön, weil das, weil die Standardländer immer so ein bisschen unter dem Radar fliegen und da eigentlich auch sehr, sehr viel Liebe und Detail, ähm, Versessenheit reinläuft und das auch sehr viel zum Worldbuilding beiträgt und deswegen, ja, die Planes aus Icoria von Jesper Eising ist mein Gewinner. Bevor ich meinen Gewinner bekannt gebe, noch kurz eine Honorable Mention. Eigentlich, das mache ich nicht, das mache ich nur an dieser Stelle, weil es so unfassbar schwer war, ähm, und ich werde auch nicht viel dazu sagen, wir werden einen Link zu dieser Karte geben, damit die sich jeder anschauen kann, ist ein Basic Land, ist ein Wald aus Jumpstart, ähm, gezeichnet von, äh, Alaina, Alaina, Dana und hat eine vollkommen neue, ungewöhnliche Perspektive und es ist für mich eine ganz, ganz tolle Fantasy-Illustration, ähm, wo man nämlich von einem zentralen Punkt dieser Karte ganz viele Wurzeln ausgehend sieht, die dann zu Bäumen werden, so sternförmig bilden sich Bäume und so, dass dann die Illustration quasi von einem Kranz von Blättermeer quasi gefasst ist. Ich kann es nicht besser beschreiben, bitte schaut euch diese Karte an, ich werde mit Sicherheit eines meiner grünen Decks mit diesen Basics ausstatten, ähm, ganz, ganz, ganz toll. Gewonnen hat allerdings, ähm, ein, ein Länderzyklus, muss ich, muss ich sagen. Ich habe kein einzelnes Land ausgewählt, sondern es ist ein, ich sag mal, ein Tryptychon in vier Teilen, ähm, und zwar sind es die Tron-Länder, illustriert von Mark Tedin. Das ist einmal Ursas Bergwerk, Ursas Main, Ursas Kraftwerk, Ursas Powerplant, Ursas Turm, Ursas Tower und der vierte Teil dieses großen Gemäldes, was er gemalt hat dort, ist, äh, Karn, der befreite Karn Liberated, herausgebracht in Double Masters und, ähm, wir geben euch einen Link zu dem gesamten Gemälde, denn er hat tatsächlich, und das war die große, die große Schwierigkeit beim Schaffen dieses Werkes, er hat quasi ein großes Gemälde gemacht, was auch, ja genau, insgesamt in einem Stück funktioniert, was aber dann in vier Karten-Segmente unterteilt wird, sind vier Full-Art-Karten, muss man auch noch sagen, ne, das heißt, bis zum Rand gehen diese Illustrationen auf den Karten und was dann auf diesen einzelnen Karten eben einzeln funktionieren muss, auch. Ganz, ganz, äh, legendär, ähm, ähm, und, und nicht zufällig, dass er das macht, er ist ein Illustrator aus Seattle, ne, und, äh, wir wissen, in Seattle sitzt ja auch, sitzt ja auch Wizards und er war tatsächlich auch einer der allerersten 25 Illustratorinnen, Illustratorinnen, ich weiß nicht genau, ob Frauen damals auch mit dabei waren, die für Magic illustrieren durften, ähm, und, äh, ja, genau, der hatte, der hatte bereits, ähm, Ursas Factory gemalt, ähm, und, äh, und, äh, ähm, hatte damals auch schon, ähm, bei den, bei den Tron-Ländern, als sie das erste Mal gedruckt wurden, ähm, durfte er auch schon, durfte er auch schon Teile davon, Teile davon malen, ähm, und diese Illustration, diese, dieses große Werk, dieses große Kunstwerk, das ist eine ganz, ganz tolle Anlehnung an die alten Illustrationen von 93, ne, es ist Nostalgie pur, man kann es richtig erkennen, als ein, als ein, ja, nostalgischer, malerischer Stil, der hier angesetzt wurde, es ist eindeutig keine modern aussehende Magic-Karte, sondern eindeutig eine nostalgisch aussehende Magic-Karte, aber eben von einem aus der damaligen Zeit, ne, einer aus dem, der damals dabei war und immer noch für Magic zeichnet, ähm, illustriert. Ganz, ganz toll, eine Hommage an dieser Zeit, eine Zeitreise und so ein richtiges, ne, so ein Puzzle, ne, man möchte irgendwie alle diese vier Karten gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam spielen und was ich ganz schön finde, ist eben, dass die, das hat keine extremen Kontraste, aber es hat extreme Farben, ja, man findet halt, ähm, rot, grün, blau, gelb, violett und wenn man es genau hinschaut, dann sind das eben die fünf Farben von Magic, ne, also diese Kontraste, das wusste ich noch nicht, ja, nicht für Farben meiner, die tappen ja für farbloses meiner und, ähm, ne, rot, grün, blau ist klar, dieses gelb, also weiße Karten werden ja sehr gern mit so einem Gelbton abgebildet und schwarz in Magic wird ja für schwarz die Farbe Violett benutzt und die finden sich da alle so wunderschön drin wieder und von daher, ähm, finde ich das ganz, ganz toll, dass hier eigentlich auf diesen farblosen Karten, denn auch Karn ist ja eine farblose Karte, die so farbenfroh mit den Farben Magics, ähm, umgesetzt wurden und, ähm, für mich gipfelt das Ganze noch darin, dass, äh, auf einem ganz tollen Reddit-Beitrag, den jemand, der so Alternates macht, ähm, erstellt hat und zwar hat er diese Illustration in den alten Magic-Kartenframe eingebettet. Cool. Verlinken wir euch auch. Stellt euch diesen alten braunen Frame der Länder vor von damals und hat dort die Illustration reingepackt und es ergibt einfach ein stimmiges Bild. Ich schaue diese Länder an, ich finde sie wunderschön, sie erinnern mich an die alten, es ist trotzdem gleichzeitig was, was ganz Neues und, ähm, für mich auf jeden Fall das Land oder die Land-Illustration, denn es ist ja eine gesamte Illustration, ähm, für ein Land oder für mehrere Länder aus dem Jahr 2020. Marc Zedin für die Tron-Länder aus Double Masters. So, die nächste Kategorie, die wir haben und, äh, da würde ich dich bitten, dass du vielleicht damit anfängst, ist... Easy peasy, das war so mega leicht, wirklich, 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 also bevor wir zur besten Kreatur kommen und der Kategorie, wo ich mich so extrem schwer getan habe, kommen wir zu der, zu der Kategorie, wo ich dachte, ja, es ist alles klar, es ist alles klar, es ist alles klar, es war mir so sonnenklar, dass diese Karte für mich gewinnt. Ich bin alle durchgegangen, ich hab's mir in Ruhe angeschaut, ich bin nochmal durchgegangen, ich bin nochmal in Ruhe angeschaut, ich bin nochmal durchgegangen, ich bin's in meinem Kopf durchgegangen, war einfach meine Nummer eins. Und zwar handelt es sich um die Essenzzerstäubung, Essence Scatter, die Seth McKinnon illustriert hat, für das Set Echoria. Die Kategorie, die Geist meint, ist natürlich beste Nicht-Kreaturenkarte. Und, ähm, weil dieser Überschwang ihn jetzt quasi schon davon hat. Danke für die Struktur, danke für die Struktur. Genau, aber Essence Scatter ist, ähm, für dich die beste Nicht-Kreaturenkarte 2020. Warum? Nicht nur, weil sie von Seth McKinnon kommt, ja? Das muss ich erst mal vorweg sagen. Es ist ein absoluter Hingucker auf einer Common, auf einer blauen Common, ne? Eins und ein blaues Instant-Spontanzauberkarte, das sagt, ähm, ähm, neutralisiere Counter-Target-Creature-Spell. Und, die, die, äh, wo soll ich anfangen? Also erstmal für, wir hinterlassen euch ein paar Links, wo man einmal die Karte in hoher Auflösung sehen kann, die Illustration, ja? Ja? Und, ähm, wo man auch, äh, sehen kann, wie Seth McKinnon dieses Ding gemalt hat. Und dazu erzähle ich vielleicht mal kurz was. Der ist, der Typ kommt aus Kanada, aus Montreal, der arbeitet weder ausschließlich digital, noch ausschließlich analog, sondern, ja, genau, arbeitet immer irgendwie mit, mit, mit beiden, in beiden Welten und hat auch hier mit Wasserfarbe eben eine Vorlage gemalt für diese, für diese Illustration. Und um die, um die, um zu ahnen, wie die Karte aussieht, um euch das vielleicht ein bisschen Erinnerung zu rufen, könnt ihr zum einen auf die Kapitelmarke schauen, oder ihr schaut euch den Flavortext an, der da heißt, ich weiß, die Nachtmahre von Endata wirken, wirken beängstigend, aber in ihrer Einzelteile zerlegt, sind sie ziemlich hübsch. Ähm, Narek, äh, Ketria Elementalist, ähm, hat das gesagt. Und so muss man sich's im Grunde vorstellen, man sieht ne Kreatur, die bizarr ist, die, ein geflügeltes Wesen, was, ja, wie ein, wie ein, ein Körper hat, wie ein Wurm, der so ganz dünn ausläuft und so dünne Beinchen hat, wie so Äste und rote, vier rote glühende Augen und offenbar wird diese Kreatur, diese finstere, dunkle Kreatur, gerade von einem blauen Zauber, eben von Essens-Sketter getroffen und, und löst sich quasi auf in viele bunte Schmetterlinge, in viele blaue, blaue Schmetterlinge, in weißes Licht gehüllt, sozusagen, da an der Stelle, wo die, wo die Schmetterlinge aus dem, aus der, also wo die Kreatur sich quasi in diese Schmetterlinge aus, auflöst und das ist so ein heftiger, harter Kontrast in diesem Fall, ja, man sieht diese finstere, düstere Kreatur, diese bizarre, äh, bürteneske Kreatur quasi und dann sieht man diese wunderschönen, ne, wie so, ja, ja, sie geflügelten, kleinen Insektenwesen und es, es gibt so den Moment von, oh, ich konnte, das Übel konnte abgewandt werden und das will man natürlich, wenn man Essens-Sketter spielt, man, man möchte das, man möchte das Übel abwenden, die Kreatur, die ins Spiel kommen soll, man möchte verhindern, dass die ins Spiel kommt und, ähm, ist eine ganz, ganz tolle Karte, die, ähm, für Seth McKinnon steht und für alles, was, äh, Seth McKinnon einzigartig macht, die ist spot on mit dem Flavortext, ich weiß nicht, was zuerst da war, ob der Flavortext oder die Illustration, ne, ob vielleicht der Flavortext der Illustration hinzugefügt wurde, die ist total simpel in ihrer Struktur und wenn man eben genau hinschaut, wenn man sie reinzoomt, dann sieht man eben, wie viele Details da drin stecken, aber diese vielen Details stören auch nicht im Gesamtbild der Karte und ist auf jeden Fall so ein klassischer, ja, Stopper, ne, man guckt sich so durch den Booster und man blättert so die, die, die ganzen Comments weg und bleibt kurz an dieser Illustration kleben, ne, Rudy zum Beispiel von Alpha Investments, der benutzt auf ne, ne, Playmat bei seinen, ähm, Unboxings mit dieser Illustration, es ist für mich ne Common, die quasi in Rare Qualität illustriert wurde, ähm, und, äh, ja, ganz, ganz toll, das Ding glüht, man spürt den Zauber, der da gesprochen wird und, äh, ja, das, das Original übrigens, dieses Wasser, ähm, in Wasserfarben gemalte Ding wurde für 8000 Dollar verkauft und, äh, hängt jetzt bei irgendeinem Sammler, bei irgendeinem Kunstsammler zu Hause an der Wand zu, zu Recht. Es gibt einen ganz, ganz tollen Tweet von Seth McKinnon zu dieser Illustration, wo er auch so ein bisschen, ähm, die, die Herangehensweise beschreibt und wo er oft auch die, die Art Description mit veröffentlicht und, ähm, ja, Martin, ich kann mir nicht vorstellen, dass du was anderes ausgewählt hast als diese, als diese Karte für deinen, für deinen Preis. Richtig? Ich hab natürlich was anderes ausgewählt, aber du wirst überrascht sein, wir sind gar nicht so weit weg voneinander und, ähm, ich muss das mal sagen, also herzlichen Glückwunsch zu deiner Auswahl, ähm, das zeigt auch wieder mal schön, dass die, die Illustrationen von Magic jetzt nicht wirklich an der Rarität hängen, wer welche Rarität illustrieren darf, sondern dass man wirklich bei einer Common wirklich die, eine ganz tolle Illustration, ähm, sehen kann und bei einer Rare ebenso, also, wir haben schon gesagt, der Level ist immer, ist immer relativ hoch, aber, dass es jetzt auch wirklich nicht nach Illustrator unterschieden wird, wer was illustrieren darf, das finde ich immer auch einen schönen, einen schönen Zug von Wizards. Das stimmt allerdings, ich hab manchmal das Gefühl, dass bei den Planeswalkern ein bisschen mehr Mühe und auch vielleicht ein bisschen mehr Kohle sozusagen, dass die IllustratorInnen sich mehr Zeit nehmen können, drin steckt, weiß das aber natürlich nicht genau, würde mich mal interessieren, ähm, ob sozusagen die Entlohnung oder der veranschlagte, die veranschlagte Zeit, die jedem Illustrator für, für jede Karte gegeben wird, jede sozusagen, ähm, gleich ist, oder wird gesagt, wird hier, Teferi Posterboy, der kriegt irgendwie, da geben wir ein bisschen mehr Budget rein. Aber da vielleicht ganz kurz noch als Einschub, du erinnerst dich ja vielleicht an unsere, ja, Preisverleihung zu, zu Zendikar, wo du als beste Illustration, glaube ich, Nahiri, äh, beziehungsweise Jace genannt hast. Jace, ja, ja. Genau, illustriert von David Raposa und David Raposa hat jetzt auch in Zendikar den Dauntless Survivor, also auch eine ganz einfache Kommen illustriert, ähm, die gerade heißt im Deutschen der furchtlose Überlebende und wenn man da nah rangeht, sieht man eigentlich die gleichen Elemente, die er auch bei diesen zwei Planeswalkern benutzt hat, also auch so ganz viele Details, diese heroische Pose und so, also wie gesagt, von der Mythic bis zur Kommen kann quasi das gleiche Stile, mit der gleiche Illustrator auftauchen, also pass da mal auf. Ähm, so jetzt zurück aber zu meiner besten Nicht-Kreaturen-Karte. Martin, was hast du ausgewählt? Ich bin so gespannt. Ähm, ich mach's mal noch ein bisschen spannend, ähm, es ist eine Illustratorin, die, die gewonnen hat bei mir, die 1987 in Boston geboren wurde und in einem Interview mit ihr, das wir auch verlinken, ähm, wurde ihre, wurde ihre Kunst so beschrieben, dass sie aussieht wie Postkarten von einer Welt, ähm, in der Halloween und der Valentinstag auf denselben Tag fallen. Ähm, also, diese, diese Illustrationen haben auch ein sehr analoges Gefühl, wird da beschrieben und das kann ich auch bestätigen und bevor ich mich jetzt lange im Dunkeln lasse, sage ich dir, was es ist und euch auch, es ist, ähm, die Seelenzertrümmerung von Wiley Beckert, Soul Shatter, ähm, aus Sandika Rising. Jawohl, jawohl. Da gab's noch zwei andere Karten, die auch von Wiley Beckert illustriert wurden und du wirst mir zustimmen, die fallen auf, also, das sind, extremer Wiedererkennungswert. Genau. Ähm, vielleicht, wenn man, wenn man ein bisschen auf der, auf der anderen Seite der Waagschale sich auffällt, würde man auch sagen, auch Verwechslungsgefahr, ich finde, die sind aber doch unterschiedlich genug, um halt wirklich da eine herauszunehmen und ich habe mir Seelenzertrümmerung rausgesucht, die sind wirklich in einem sehr analogen, in einem warmen Farben gezeichnete, ähm, sehr grafisch gehaltene Karten, ähm, Brauntöne überwiegen, Schwarztöne, also wirklich sehr, ja, wenig Kontrast auch da drin, ähm, und es ist ganz interessant zu erfahren, oder würdest du sagen, ja, also Kontrast, ich würde schon Kontrast nennen, aber sie geht nicht so heftig in die Schwarztöne und die Weißtöne rein, ne, das, ja. Genau, und, ähm, wenn man mal guckt, wo sie zuerst illustriert hat für Magic, das war in Throne of Eldraine, da hat sie, äh, Showcase-Karten gemacht, für die, ähm, für den, äh, Rose-Faun-Acolite zum Beispiel, und da sieht man auch schon, woher sie kommt, also sie, sie, sie gibt als Vorbilder an, ähm, zwei, zwei Künstler, die in der, hier nennt man es, die Golden Age of British Book Illustration groß waren, also wirklich aus dieser Märchenbuch-Tradition sieht sie sich kommend und, ähm, es ist wirklich spannend für jemanden, oder für, für eine, ja, junge Frau in dem Fall, 1987 geboren, habe ich ja schon gesagt, dass die dann so weit zurückgeht und dann wirklich, ähm, sich an Illustratoren orientiert, die 1867 geboren worden sind und auch diesen Stil sehr gut aufnimmt, finde ich. Ähm, sie, sie hat sich sehr mit japanischen, äh, Schnitzereien beschäftigt, mit, mit, ja, Tuschemalereien und das sieht man wirklich auch sehr, also Art Nouveau, ähm, Mucha kommt da durch. Weißt du, womit sie das gemalt hat? Das, ähm. Was sie für eine Technik verwandt hat? Ähm, ich meine, das sind, ähm, äh, ja, also Pencil-Under-Drawings, sagt sie dann immer, damit sie dann, äh, hat sie gesagt, damit sie dann auch noch so ein bisschen was Spielerisches reinkriegen kann, damit's wirklich nicht so, nicht so, ähm, also sie macht's dann digital fertig, meine ich gelesen zu haben. sie koloriert, sie koloriert digital, ja. Genau, aber sie macht halt so Pencil-Under-Drawings, also mit Bleistift-Vorzeichnungen, damit sie halt so dieses Spielerische reinkriegt. Das sieht wirklich aus, ein bisschen wie Bleistift und Aquarell. Genau, und das, das finde ich, kommt sehr gut drüber und ich kann mich auch sehr gut groß vorstellen. Ähm, sie, sie versucht auch immer so ein paar Bewegungselemente reinzukriegen, also hier in der Seelensvertrümmerung sieht man dann halt so die, ähm, nennt man es die Pylone rumfliegen, nennt man das Pylone rumfliegen? Pylone rumfliegen. In Sendika, die Hydrons. Wie in dem Baustellenautounfall, da sieht man auch immer die Pylone rumfliegen. Nein, die Doppelpylone, wie nennt man das? Sieht noch schöner aus hier. Die, die, die Hydrons. Hydrons, Hydranten. Hydranten. Die Hydranten da rumfliegen, um den Drachen, der da gerade durchs Herz gepfählt wird. Diese Diagonale von links unten nach rechts oben in diesem Frame drin. Genau. Verrückt. Aber das hat sie wirklich in ihren ganzen Illustrationen drin und was man hier auf der Illustration jetzt nicht sieht, was man aber zum Beispiel auch auf den L-Train-Illustrationen sieht, dass ihre Charaktere immer sehr androgyn wirken und darauf angesprochen sagt sie, da macht sie sich eigentlich gar nicht so große Gedanken, sondern sie, ähm, sie findet es eigentlich spannend, dass halt Leute sowohl das eine als auch das andere rauslesen können. Also sie hat dann schon immer so ein Geschlecht im Kopf, aber schafft es dann doch irgendwie, dass man da beides reininterpretieren kann und beides finde ich halt irgendwie spannende Aspekte ihrer Arbeit. Also sowohl dieses Grafische und wirklich dieses, wo man mit dem Auge hängen bleibt. Also das habe ich bei ihr wirklich ganz stark gehabt in diesem Set und dachte, hä, ist das Seth MacKinn? Ne, das sieht nicht so aus wie Seth MacKinn, aber irgendwie ist es trotzdem anders und toll. Und, ähm, ja, also ich bin gespannt, was von ihr da noch kommt und wie sehr sie sich dann auch weiterentwickelt. Wie gesagt, die jetzigen drei Illustrationen sind schon sehr, sehr ähnlich zu erkennen, aber trotzdem unterschiedlich genug und ich bin gespannt, wie unterschiedlich sie noch werden kann. Also mein Preis geht an Wiley Beckert für Seelenzertrümmerung, Spontanzauber, was der macht, wahrscheinlich eine Kreatur zu stören, genau, beziehungsweise der Gegner opfert eine Kreatur. Eigentlich auch ein ganz spannender Effekt, aber die Illustration gewinnt natürlich hier, aber wir haben ja auch gesagt, die Mechanik muss natürlich trotzdem auch betrachtet werden. Also die Zertrümmerung dieses Drachen und die Opferung des Drachen mit den höchst umgewandelten Mana-Kosten hier ist eigentlich auch im Bild wunderbar dargestellt. Also ich finde, das kann sich messen mit deinem Essence, Ghetto. Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall verdient einen Preis. Und ich bin froh, dass du ihr diesen Preis gegeben hast. ganz, 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 ganz tolle Karte. Bäm! Beste Kreatur, bester Planeswalker 2020. Ich will ehrlich gesagt nicht anfangen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass den Leuten zu präsentieren bei mir gewonnen hat. Deswegen würde ich sagen, Martin, fang du nochmal an. Dann vielleicht fällt meins dann ein bisschen hinten runter oder man kriegt es nicht so mit. Das mache ich sehr gern. Und ich bin jetzt tatsächlich auch bei einem Produkt, von dem wir schon gesprochen haben, und zwar beim Secret Layer. Meine Kreatur kommt aus dem Secret Layer und auch aus einem Secret Layer, den ich mir gekauft habe. Ich glaube, ich überlege gerade, das ist, glaube ich, auch der einzige Secret Layer, den ich mir gekauft habe. Und hauptsächlich habe ich mir den gekauft wegen dieser Karte, weil ich die so toll fand. Es ist Inkeis, Servant of Oni. Ah, na klar. Legendäre Kreatur, Ratte, Ninja. Hat nun Jitsu und ja, wenn sie Combat Damage macht, dann kann ich eben eine Kreatur aus dem Friedhof dieses Spielers aufs Battlefield legen, auf das Schlachtfeld legen. Und ich kann sie auch regeneraten für einen und ein Schwarzes. Aber das Tolle an dieser Karte ist die Illustration. Und deswegen habe ich sie ausgewählt und deswegen wird sie hier auch prämiert. Ist illustriert von Jung Chan. Die hat noch nie was für Magic illustriert und weiß nicht, ob sie auch so schnell wieder was illustrieren wird. Wäre natürlich schön. Weißt du, aus welcher Richtung die kommt? Ja, die macht tatsächlich auch nur diese Richtung. Also und zwar macht sie Tuschezeichnungen. Sie stammt aus Taiwan und ist eben bekannt für diese Tuschezeichnungen. Ich war auf ihrer Webseite und es ist enorm, was sie machen kann. Also wenn du dich erinnerst, was wir in der Schule mit Füller machen konnten, wo man da immer schon gesehen hat, das können Leute mit Tusche... Woher weißt du, was ich mit Füller gemacht habe, Martin? Wahrscheinlich nicht das hier. Also das Beste, was wir wahrscheinlich noch hingekriegt haben, ist dieser Pfotenabdruck von ihr, also dieser Splash unter ihrem Fuß, wenn sie da so aufstampft. Aus Versehen manchmal, ja. Genau, also der Foileffekt kommt natürlich hier nochmal zum Tragen und man sieht eben diese Inkeis, diesen Rattenlinja oder Rattenlinja-Kämpferin kraftvoll mit dem Fuß aufstampfen. Im Hintergrund sieht man so eine Arena angedeutet und schemenhaft auch noch einen Bullen, einen Ochsen. So, jetzt bist du natürlich bewandert in der Lore von Magic und kannst mir sagen, was diese Illustration darstellt? Das ist die Ratte, die auch Ninja ist und die springt. Genau. Und du hast es schon richtig gesagt, das hat mit der Magic Lore erstmal nur so halb zu tun. Hab ich richtig gesagt, ne? Genau, hast du richtig gesagt. Hab ich schon richtig gesagt, genau. Denn in der Geschichte geht es eigentlich von Inkeis, geht es in der Lore eigentlich darum, dass sie quasi so sklavenmäßig gehalten wird von einem Oger, den sie dann später besiegt, der sie ja misshandelt und den sie dann später besiegt und dann, ja, ihrem beider Herrscher den Kopf, glaube ich, präsentiert und sagt, okay, jetzt habe ich ihn besiegt und dafür neue Fähigkeiten kriegt. Jetzt fragt sich natürlich, ist das der Oger da hinten? Nein, das ist natürlich der Ochse. Und jetzt kommt was Spannendes, denn diese Secret Layer Drop, diese Secret Layer Drop wurde ja zum Jahr der Ratte herausgebracht. Und in den chinesischen Tierkreiszeichen geht es ja darum, zwölf Tiere starten ein Rennen und wer das Rennen gewinnt und in der Reihenfolge, wie sie quasi ins Ziel kommen, danach werden dann quasi die zwölf Jahre, dieser zwölf Jahresrhythmus benannt. So, alle Tiere starten gleich. Die Ratte bittet den Ochsen quasi, ob er sie auf seinem Kopf über das Wasser tragen kann. Der Ochse sagt ja. Die Ratte, aber pfiffig, wie sie ist, springt quasi dann vom Kopf des Ochsen ab und landet als Erste im Ziel. Und das sieht man hier auf diesem Bild. Also der neue Zyklus beginnt quasi immer mit dem Jahr der Ratte und der Ochse kommt als Zweiter ins Ziel. Und diese Verbindung von Magic Lore, von asiatischer Mystik und Religion verbunden halt mit dieser tollen Tusche-Zeichnung und Tusche-Technik, das hat mich begeistert. Also wo ich die Karte gesehen habe, war ich total geflasht und habe gedacht, wow, das gibt es in Magic. Also diese monochrome Tusche-Zeichnung war ich ganz begeistert. Man müsste ja bei dieser Karte Tinte sagen, denn übersetzt heißt ja Inkeis Tintenauge. Das ist richtig. Deutsche Karte ist Tintenauge und das ist natürlich die perfekte Kombination von Maltechnik zu Flavor. Witzig. Finde ich wirklich witzig. Ich habe mich ja persönlich ein bisschen schwer getan mit den Secret Layers und mit denen doch zum Teil sehr, sehr besonderen Illustrationsstilen darin. Weil ich bei ganz vielen das Gefühl hatte, das ist mega cool, dass es auf so eine Karte gedruckt wird und dass die so aussieht. Ich kenne jetzt auch hier an diese Metal-Artworks und so weiter, die natürlich das extremste Beispiel sind. Und dachte mir dann immer so, aber warte mal, das ist eigentlich keine Magic-Karte in dem Sinne, kein klassisches Bild einer Magic-Karte irgendwie. Und bei der, die du hier rausgesucht hast, finde ich, da passt es. Da verschmilzt es. Und es liegt aber auch daran, dass es eine schwarze Karte ist. Und an dem Namen liegt es auch. Ich hätte das nur auf einer schwarzen Karte zeigen, machen können. Und mit dem Namen gibt es dann eben die perfekte Verbindung, wo ich sagen würde, ja, das ist eine Karte, die würde ich, wenn sie auf den Tisch gelegt wird, nicht erkennen als interessant, dass man auch mal die Yu-Gi-Oh! Zeichner ranlässt oder so was. Nee, das ist eine Magic-Karte auf jeden Fall. Also das ist schwierig zu beschreiben, was man sozusagen als Magic-Karte identifiziert. Und ich glaube, das ist auch ein sehr dehnbarer Begriff. Und ich finde es mega geil, dass auf Secret-Layer-Karten Tattoo-Illustrationen drauf sind. Ja, aber ich mag es, mit Magic-Karten zu spielen, die sich für mich anfühlen. Und da spielt die Illustration eben wirklich einen riesengroßen Anteil wie eine Magic-Karte. Und das tut es bei dieser, die du ausgesucht hast, bei dem Tintenauge. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein toller Commander auch wird und dass man dann auch begeistert ist und sagt, das ist eine Magic-Karte, wie du schon sagst. Und genau diese Kombination hat mich auch verleitet, diesen Secret-Layer-Drop zu kaufen. Und ja, nicht nur deswegen habe ich sie jetzt ausgewählt als meine beste Kreaturen-Illustration 2020. Genau. Ja, hat einen Glückwunsch an Jung-Shan. Ja, und damit übergebe ich an dich. So, oh Mann, ich will eigentlich gar nicht viel lange Vorrede machen. Ich sage es jetzt einfach und dann kannst du mich zerpflücken dafür. Bin gespannt. Meine Magic-Karte des Jahres, ich bin manchmal so berechenbar, habe ich das Gefühl. Ich wollte sie nicht auswählen, weil es für, egal. Wulpe Keat, der Fuchspapagei aus dem Set Ikoria. Da bin ich überrascht. Da bin ich jetzt überrascht. So, ich habe auch noch, ihr kriegt auch noch mal einen Link, wo die Illustration hohe Auflösung verlinkt ist. Also nicht nur in Magic-Kartenauflösung oder Scryfall-Auflösung, sondern auch mal, wo ihr ein bisschen mehr reinzoomen könnt. Und gezeichnet wurde der von Leesha Hannigan. Und die hätte auch den Newcomer Award bekommen können, denn die hat letztes Jahr, ich glaube, die hat schon im Jahr davor mal eine Illu gemacht, aber die ist noch nicht so lange dabei, auf jeden Fall. Und die hat diese Karte gemacht. Also, das ist eine Australierin, aus Melbourne stammt die, und was hat für mich diese Karte über alle anderen tausend Illustrationen hinweggehoben? Das lässt sich, das lässt sich schwer beschreiben. Zum einen ist es natürlich irgendwie, ähm, das Set Ikoria selbst, was mich und den kleinen Geist in mir extrem angesprochen hat, die verrücktesten Kreaturen zu sehen, diese farbenfrohen, geklächten, ineinander mutierten, fast schon wie so ein Unset wirkenden, wirkenden Kreaturen, äh, nicht umsonst, äh, gibt's ja Mutate auch in Unsanctioned, bei dem, äh, General Surgeon. Ähm, ähm, also das, das hat mich erst mal in meiner, in meinem, in meinem kindlichsten Spieltrieb angesprochen. So, das fand ich großartig. An diese, an diese Karten erinnere ich mich sehr, 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 sehr gern zurück. Und der Fuchspapagei, als ich den gesehen habe, dachte ich, geil, hab das meiner Tochter gezeigt, diese Karte, und die meinte so, wow, was ist denn hier los? Und es ist so einfach, es ist einfach ein Fuchs, ein wunderschöner, orangener Fuchs mit einem weißen Bauchfell sozusagen, der hat allerdings so ein bisschen blaue Tigerstreifen und so einen langen Schwanz, denn den Schwanz braucht er auch nämlich zum Fliegen, denn er hat riesige, gelb-blaue Flügel, mit denen er durch die Lüfte sich schwingt und dieses Bild vermittelt eine derartige Leichtigkeit, eine derartige Klarheit irgendwie, dass es für mich nicht nur das Bild ist von Ikoria, was ich im Kopf habe, sondern irgendwie eins der, ja, ich fühle mich sehr persönlich angesprochen, ähm, schönsten Illustrationen des Jahres 2020. Es hat eine wunderbare Dynamik, das Bild, man sieht einfach diesen, ja, sehr natürlich wirkenden Flug, auch wenn es ein sehr unnatürliches Wesen ist, ja, man hat diesen, diesen Fuchs und trotzdem, dieser Fuchs ist sehr, sehr, ähm, ja, sehr natürlich gezeichnet, ne, und, und das wirkt sehr, ja, einigermaßen realistisch, dazu komme ich gleich noch, ähm, dieses ganze, ähm, das Licht, ne, das scheint da so ein bisschen drauf, aber es ist tatsächlich kontrastreicher, als man eigentlich, als man eigentlich denkt, als man auf den ersten Blick sieht und, dass dieser Fuchs nicht ganz so realistisch gezeichnet ist, wie er auf den ersten Blick wirkt, das sieht man eben, der lächelt so ein bisschen und wenn man sich diese Biene anschaut, die der gerade jagt, denn der spielt einfach in der Luft, der spielt mit einer Biene, die da rumfliegt, ja, dann sieht man, da gibt es nicht so einen großen, also das ist einfach so ein, so ein Knubbel, so ein, so ein, so ein gelb-schwarzer Knubbel mit viel zu kleinen Flügeln, der durch die Luft fliegt, ja, vollkommen überzogene, illustriert diese Biene, aber halt sehr, sehr klein und das finde ich so witzig, man nimmt es total als was Natürliches, als was Realistisches hin, dabei ist es die totale Fantasy-Darstellung, die wir hier sehen, Ikoria im Hintergrund ganz, ganz reduziert dargestellt, man hat so diese Savannen und dann eben diese Kristalle, die da aus dem Boden stoßen, auch in diesem wunderschönen Blauton, der da wieder aufgegriffen ist, also technisch finde ich es ganz toll, persönlich angesprochen hat es mich extrem und einfach dieses, dieses Fantasiewesen, diese Vorstellung vom Fliegen, das zieht sich einfach durch die gesamte Menschheit, aber natürlich auch durch das gesamte Magic-Spiel hindurch, ich habe auch eine Playmat, die meine Freunde kennen, wo ein fliegendes Zebra drauf ist, das ist einfach, ich gucke da hin und ich denke so, ja man, ich kann es fühlen einfach, diesen Traum vom Fliegen und ich schaue da hin und ich denke, wenn ich ein Fuchs wäre und fliegen könnte, das wäre so geil, ich würde Bienen jagen ohne Ente, ohne Ente und auch vielleicht ohne Ente. Ey, diese kindliche Freude, du von der Grüße für diese Karte ist allein schon den Preis wert. Genau und ich konnte mich dem halt nicht widersetzen, auch wenn ich bei anderen Karten dachte, eigentlich wäre die schlauer zu wählen, aber was bin ich denn hier, warum mache ich einen Magic-Podcast, wenn ich schlaue Karten prämieren möchte? Ne, ist doch Bullshit. Also entschuldigt bitte, dass es hier auch eine sehr, sehr persönliche Entscheidung ist, aber es ist eine sehr persönliche Entscheidung. Man kann argumentieren, dass es vielleicht ein bisschen zu simpel ist. Ja, sag doch, ist mir noch egal. Also, ganz, ganz toll. Hüten werde ich mich hüten. Und wir werden auch doch den Link dazustellen in die Shownotes, wo man eben den Artprint bestellen kann zu dieser Karte. Der Wulpe-Kiet, der Fuchspapagei von Leesha Hannigan ist von, aus meiner Sicht, gewinnt von meiner Seite den Preis für die beste Illustration einer Kreatur im Jahr 2020. Den möchte ich mich nicht in den Weg stellen. Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann, der Fuchspapagei. Der kam echt unerwartet. Aber verdient. Bin überzeugt. So, was machen wir denn jetzt? Machen wir den Juker? Dann machen wir schon den großen Preisträger. Wir machen den Juker. Wir machen den Juker. Willst du den Juker als letztes machen, dass wir so mit dem enden? So als Erwartung für das kommende Jahr. Das Jahr ist schon wieder illustrationsmäßig so gut losgegangen. Also, wenn wir über Kaltheim sprechen, werden wir sicherlich noch ein paar Highlights nennen. Aber jetzt geht es ums Jahr 2020. Ich erzähle mal kurz was zu den, ich sag mal so was, in großen Anführungsstrichen Teilnahmebedingungen. Für den Juker jetzt oder für den großen Illustrator? Illustrator of the Year. Dann machen wir den, genau. Lass es uns doch genau so machen, wie du es gerade meinst, wird Kürn erst den MTG Illustrator of the Year und dann unseren Newcomer. Okay, was muss man geleistet haben, um von uns, von Tasty MTG, als der MTG Illustrator of the Year 2020 prämiert zu werden? Zum einen sollte man zehn oder mehr Illustrationen gezeichnet haben. Allerdings meines Erachtens nicht nur im Jahr 2020, sondern insgesamt, also dass man schon so ein bisschen dabei ist. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie 25 Jahre für Magic illustrieren muss, aber dass man eben schon eine Reihe Illustrationen anfertigen durfte und das, ja genau, nicht die erste ist. Okay. Das würde ich sagen, also wir können euch jetzt ein bisschen auf die Folter spannen, das hat natürlich unser ... Ja, genau, genau. Eins noch, es sollte auch Karten in allen Mana-Farben geben. Genau, da wollte ich ... Achso, nee, Entschuldigung, ich wollte noch ein bisschen den Spannungsproken. Ich wollte gar nicht ins Wort fallen. Boah, ich dachte, jetzt sagt er den oder so. Meine Güte. Ich bin selber ganz aufgeregt. Tschüss, Leute, das war's. Bis nächstes Jahr. Nein, genau. Also Geis hat es schon gerade gesagt, also er muss natürlich auch Illustrationen für alle Mana-Farben gemacht haben und da auch nicht nur im Jahr 2020. Einfach, um auch so diese Vielseitigkeit so ein bisschen zeigen zu können. Ich habe jetzt gerade noch mal auf meine Auswahl hier geguckt. Also ich habe jetzt natürlich zwei schwarze Karten rausgesucht. War jetzt tatsächlich Zufall, aber bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen empfänglich dafür. Aber nichtsdestotrotz sollte natürlich der Illustrator mehr als eine Farbe bedienen können. Und nicht nur das düstere, dunkle, sondern auch das fröhlich-helle, das lodernde, das sprießende und ... Militärische vielleicht auch. Und menschliche. Genau. Der soll den Color Pie halt in irgendeiner Form, visuell verstanden haben. Genau. Und auszudrücken wissen. Und ein letztes Kriterium haben wir auch noch. Er soll auch nicht nur in den Farben vielseitig sein, sondern auch in dem, was er zeichnet. Also Kreaturen, Nicht-Kreaturen, Länder, Artefakte, Planeswalker, Menschen, komische, fliegende Füchse, alles sollte er zeichnen dürfen und können. Und ja, auch da gucken wir natürlich nicht nur auf das Jahr 2020 zurück, sondern auch auf das Gesamtwerk. Er soll aber trotzdem in 2020 was geschaffen haben, sonst wird es natürlich schwierig mit dem Verbot. Genau. Das waren so die Kriterien, die wir uns überlegt haben. Genau. Was sicherlich in die Bewertung sozusagen von uns eingeflossen ist, ist eine konstante Qualität, die sich durch die Arbeiten zieht. Ja, die man über die, also das, jeder hat mal ein schwaches, ein schwaches Jahr sozusagen, aber soll zumindest, wenn man auf die gesamten Illustrationen schaut und einfach die Scryfall-Suche macht, nach dem Illustrator, nach der Illustratorin, soll man das sich anschauen können und denken, wow, das ist, ja, das ist, das ist wirklich gut und der oder sie hat eine hohe Qualität gehalten durch diese ganzen Illustrationen hinweg. Ja, und danach haben wir jetzt tatsächlich geguckt und sind auch hart in die Diskussion getreten. Es war am Anfang nicht einstimmig, kann man vielleicht voraussagen, aber wir haben es einstimmig gemacht und sind auch beide sehr zufrieden mit dieser, mit dieser Auswahl und, ja, Geist, sag, wer ist der Gewinner des, wer ist Illustrator, Tasty MTG Illustrator of the Year 2020? Sepp McKinnon ist MTG Illustrator of the Year 2020. Und ich kann euch jubeln hören. Ja, Sepp McKinnon ist es. Es ist Sepp McKinnon. Es mag nicht überraschend sein, denn wir sprechen viel über Sepp McKinnon und er macht uns sehr euphorisch, aber wie gesagt, wie Martin schon sagt, es war nicht einstimmig und wir haben geguckt, natürlich auch, was machen die Illustratoren auch außerhalb, außerhalb von, von Magic sozusagen, wo sind sie noch irgendwie tätig, wie fallen sie irgendwie auch auf, was machen sie in den sozialen Netzwerken und da geht es sicherlich beim MTG Illustrator of the Year nicht nur um eine Wiedererkennbarkeit, sondern sicherlich auch, inwiefern ist diese Person oder diese Illustrationen, inwiefern sind die auch stilprägend für das Spiel. und da würde ich gleich anschließen quasi, wenn du willst oder möchtest du kurz was dazu sagen und was dich so ein bisschen so prinzipiell zu Sepp McKinnon hingezogen hat? Ich kann vielleicht kurz was sagen, also du kennst ihn ja schon länger als ich, also jetzt nicht persönlich, aber als Illustrator und ich bin auch tatsächlich durch unsere Playgroup erst so wirklich auf ihn aufmerksam geworden, also so als Name, die Illustrationen sind mir tatsächlich auch schon früher aufgefallen von ihm, weil die wirklich, wie du schon gesagt hast, sind so ein Hingucker und so ein Stopp, wenn man dann durch die Karten fächert im Booster und wenn man ihn einmal gesehen hat, vergisst man ihn nicht. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes bei ihm. Dieser Stil ist einzigartig, würde ich sagen, bei den Magic Illustrationen. Der bleibt einfach hängen und wie du schon gesagt hast, wenn man sich dann auch noch mal ein bisschen mit ihm selber beschäftigt, merkt man auch, dass es ein ganz interessanter Mensch ist, ein sehr vielseitiger Mensch, also künstlerisch in alle Richtungen arbeitender Mensch von Film, also er hat sein eigenes Filmstudio, er hat Regie geführt bei mehreren Kurzfilmen, hat um diese Kurzfilmwelt, die er da erschaffen hat, die Kin Fables heißt, hat er ein ganzes künstlerisches Universum geschaffen, also von, ja, Illustrationen, die Musik macht er selber unter seinem Künstlernamen Clan oder Clan. diese Filme kann man sich im Internet angucken, die verlinkt man natürlich auch, er war Game Designer und irgendwie merkt man, bei ihm muss diese Kreativität irgendwie raus und er macht sich gar nicht so viele Gedanken, aber dann doch Gedanken genug, um halt wirklich kunstvoll arbeiten zu können und, ja, das merkt man einfach an, diese überbordende Energie, die aus seiner Kreativität strömt. Ja, im Jahr 2020 hat Sepp McKinnon 17 Illustrationen veröffentlicht oder 17 Illustrationen von ihm wurden veröffentlicht, die arbeiten natürlich auch viele Jahre im Voraus, aber wir prämieren quasi die 17 Illustrationen, die im Jahr 2020 rausgekommen sind, das waren drei Karten in Teros, Beyond Death, sechs Karten in Ikoria, da war beispielsweise der Mythos Cycle dabei, deswegen sind es dort sechs und die sechste Karte Essence-Kette, die wir schon genannt hatten, er hat ein Fetchland für dieses Secret Lair mit den Fetchlandern illustriert, er hatte drei Karten in Commander Legends und er hatte vier Karten in einem Secret Lair, weil es Ende des Jahres angekündigt wurde und, ja, für mich ist Sepp McKinnon einer der herausragenden Illustratoren von Magic, denn man sieht eindeutig, dass er über das Assignment hinausdenkt, ja, dass er in Geschichten denkt und da hatte ich auch schon dieses, das Erbfolge-Bankett, das Feast of Succession, die Karte, die in Commander Legends veröffentlicht wurde, beim letzten Mal vorgestellt, da hat man wunderschön in seiner, in seinem Tweet, er veröffentlicht auch oftmals das Assignment mit, seine Skizzen, und man sieht wunderbar, wie er von diesem Assignment quasi wieder dem noch Geschichte hinzugefügt hat, Illustrationsbestandteile hinzugefügt hat, um diese Illustrationen wirklich zu einem runden Ganzen zu machen und gerade beim Feast of Succession, das ist ein wunderschönes Beispiel, dass seine Illustrationen eben in unterschiedlichen Größen funktionieren, also er hat, er hat eine wahnsinnige Reduktion, das sieht man beispielsweise auch, wenn er Ritter darstellt, ja, also wenn er figürlich zeichnet, was er nicht so oft tut, meines Erachtens ist er ein Non-Creature-Spell-Illustrator, aber wenn er, wenn er figürliche, wenn er figürliche Zeichnungen macht, dann sind die oft sehr reduziert, haben sehr reduzierte Kopfformen, sehr, sehr reduziert, haben einheitliche Muster auf der Kleidung oder so und man kann eben auf der kleinen Magic-Karte sehr, sehr gut erkennen, alle Bestandteile, kann sie sehr, sehr gut voneinander unterscheiden und bekommt so diesen Wesenszug der Karte und was darauf geschieht sehr, sehr leicht mit. Wenn man dann aber reinzoomt und es groß macht, dann sieht man beispielsweise beim Feast of Succession plötzlich diese vielen kleinen Fliegen, die da dem ermordeten König aus dem Mund strömen quasi und kann damit erkennen, ah, der wurde vergiftet und man sieht diese wunderbaren Strukturen, die er eben schafft für die Flächen im Hintergrund, die eben fast wie so eine ja, Höhlenmalerei wirken, als hätte man irgendwie so einen steinigen Untergrund. Und deswegen passte auch wie die Faust aufs Auge diese Höhlenmalereien, die er eben für diesen Mythos-Cycle in Ikoria gezeichnet hat. Das war, das war ganz, ganz großartig und ja, diese Karten funktionieren eben im Kleinen, zweimal 1,5 Zoll großen Kartenframe, aber eben auch als riesiges Poster an der Wand, als Playmat, in Alpha-Investments-Videos oder wo auch immer. ähm, äh, genau, ganz, ganz fantastisch. Ja, und du hast es schon gesagt, er hat dieses Jahr auch einen Secret-Layer-Drop bekommen, ähm, ja, als einer der ersten Künstler, wo wirklich so sein Name drauf stand. Also es gab ja schon, wir hatten drüber gesprochen, äh, in der Vorbereitung auf diese Sendung, es gab ja diesen Tattoo-Secret-Layer, wo wir auch festgestellt haben, das war auch der gleiche Künstler, da stand aber nicht der Name des Künstlers oben drauf. Und dass er jetzt quasi, ähm, wir haben es genannt, er wurde geehrt quasi mit einem Secret-Layer, das, äh, spricht auch noch mal für den Stellenwert, den er anscheinend bei Wizards auch hat, als so ein ikonischer Illustrator für das Spiel. Und ich glaube, die sind sich auch seiner, ähm, seiner Werke und seiner Könnerschaft bewusst und, ähm, wollen ihn nicht gehen lassen. Nicht, dass sie ihn jetzt mit dem Secret-Layer halten wollen, aber es ist, glaube ich, schon eine Auszeichnung. Und um mal zu zeigen, wie, wie er dieses Assignment angenommen hat, diesen Auftrag angenommen hat, möchte ich euch mal ganz kurz ein paar Minuten aus dem Trailer zu diesem Secret-Layer vorspielen. Denn ja, zu diesem Secret-Layer gibt es einen Trailer. Und, ähm, hören wir mal ganz kurz rein. Moth to my light Cease resistance Hand over the reins to your mind All days once committed were paid now Ja, also dieses, das ist Musik von Zendekin. Der hat den Text ja auch selber geschrieben. Genau. Der hat seine Musik, der hat den Text da selber geschrieben, einsprechen lassen. Er hat quasi ein Gesamtkunstwerk aus diesem Secret-Layer gemacht. Ähm, wir verlinken euch auch noch mal hier seinen Tweets-Thread, wie er das Assignment angegangen hat. Also ihr fallt vom Stuhl, wenn ihr lest, wie er da rangegangen ist, was für Gedanken er sich gemacht hat. Ähm, ich glaube, sein Bruder hat auch Flavortext geschrieben und dadurch hat dann wieder die Illustration, äh, ihn inspiriert. Und es ist wirklich ein Gesamtkunstwerk, dieser Secret-Layer. Und, ähm, Zegmap Kinnon ist ein Gesamtkünstler. Also wir sind, wir sind wirklich sehr begeistert an dieser Secret-Layer. Ähm, ja, Geist, ich glaube, du hast ihn bestellt, ne? Oder? Ja, sofort. Du hast zugegriffen. Und, äh, ja, und die Stimmung, die er erzeugt. Und wenn ihr euch die Filme von ihm anguckt, die Kurzfilme, ihr erkennt einfach seine Handschrift sowohl in Filmmusik als auch in der Illustration. 2019 war ein herausragendes Jahr für Zegmap Kinnon. 2019, ja, sag ich ganz bewusst, äh, als er für Modern Horizons, äh, illustriert hat oder seine Modern Horizons Illustrationen veröffentlicht wurden und eben auch so Key-Visuals gemacht hat für, für, ähm, Eldraine. Wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, Wizards weiß jetzt ganz genau, was sie an Zegmap Kinnon haben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass einige, oder dass sie vielleicht IllustratorInnen auswählen, die in seine Richtung gehen. Und Zegmap Kinnon, finde ich, der hat nicht nur wiedererkennbare Karten, sondern die sind wirklich stilprägend für das Spiel. So weitgehend, dass ich sagen würde, ich kann mir seine Illustrationen in keinem anderen Spiel vorstellen. Ich kann mir die nicht vorstellen in, keine Ahnung, Flash & Blood oder andere, ähm, Sammelkartenspiele. Ich kann mir die natürlich auf irgendwelchen Covern vorstellen von Büchern, von Filmen, von weiß ich nicht was. Aber es, er gehört zur visuellen Identität von Magic dazu. Ich finde, im Jahr 2019 kam das heraus. Das Jahr 2020 war gut, aber über die Ziellinie zum Illustrator des Jahres 2020 hat ihn diese Secret Lehr getragen. Äh, ohne das Secret Lehr weiß ich nicht, ähm, ob wir uns nicht für jemand anderes entschieden hätten, womöglich, aber dieses Secret Lehr ist ein Gesamtkunstwerk, ja. Äh, das ist Wahnsinn und mit diesem Trailer, was das eben alles vereint, auf akustischer Ebene, auf visueller Ebene, mit diesen Magic-Karten, äh, das ist herausragend und bisher so nie da gewesen. Man muss sagen, es gab noch einen anderen, vorher angekündigten Secret Lehr-Drop für einen anderen Künstler, das war allerdings Bob Ross und der läuft natürlich außer Wertung. So, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, zumal die Illustrationen von Bob Ross nicht für Magic the Gathering angefertigt wurden. Aber sie passen erstaunlich gut, also um das, Recycled wurden, ja, 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 fantastisch. Aber auch nochmal bei Seth McKinnon zu bleiben, diese, sein Stil und diese, diese Kunst und das, was er, was er da reinlädt in diese Karten und dieses Trailer und diese ganze Geschichte um die Karten rum, das ist wirklich so an einem Ende des Spektrums, wo ich auch fast sagen würde, da sind so diese Godzilla-Karten fast am anderen Ende des Spektrums. Also nichts zieht mich so sehr in diese Magic-Welt rein, wie jetzt diese Illustrationen von Seth McKinnon, dieser Trailer, diese, diese Geschichte, diese ganze Flavor drumrum und, ja, also ich würde mir wünschen, dass Wizards mehr in diese Richtung geht, als jetzt in diese Godzilla-Richtung. er ist sich dieser Magic-Tradition auch total bewusst, ne, also eine meiner, also die Lieblingskarte von Seth McKinnon im Jahr 2020 ist halt Damnation aus dem Secret Lair Drop, ähm, äh, zerstöre alle Kreaturen, sie können nicht regeneriert werden für zwei und zwei schwarze, ein Sorcery, ähm, legendäre Karte und er hat sich natürlich hier ganz klar an diese, an die Illustration von Kev Walker, der vorher Damnation gezeichnet hat, mit dieser großen, schwarzen Sonne und dieses schwarze Loch und dass es alles hineinzieht, die wird hier zitiert, hat sich an großen Künstlern wie Hieronymus Bosch irgendwie hier orientiert und dann denkt man, Hieronymus Bosch, äh, riesige Wandgemälde, eine Million tausend Sachen, die darauf passieren, wie soll das auf einer Magic-Karte funktionieren, er hat es irgendwie geschafft, durch die Struktur, die diese vielen kleinen Bestandteile, diese vielen Menschen, figürlichen Zeichnungen, die sich darin befinden, die aber eher aussehen wie Artefakte, als wie, wie, wie lebendige Figuren, hat er es geschafft, irgendwie Strukturen diese Karte reinzubringen, die die wiederum sortieren und der eine, eine, eine geballte Kraft gibt, ähm, die, die sich, die sich mit nichts vergleichend ist, wie ich es bisher gesehen habe. Ja, und ich, ich habe auch noch mal geguckt, welche Karte mir eigentlich am besten gefallen hat im abgelaufenen Jahr von Seth McKinnon und das war auch eine Karte, wo ich gedacht habe, wow, die sieht ja cool aus und dann gucke ich auf den Namen und denke, naja, Seth McKinnon anscheinend. Ähm, Medomais Prophezeiung, genau eine Saga aus, ähm, äh, Pharoos Beyond Death und, ähm, ja, fast einmal diesen, diesen Flavor von griechischer Mythologie aus, ähm, griechische Wandmalerei, Fliesenmalerei und, äh, wie du sagst, es ist einfach ein Illustrator, der die Nicht-Kreaturen-Zaubersprüche wunderbar und der Welt angepasst illustriert und dem, auch dem künstlerischen Stil der Welt angepasst illustriert und das war bei den Mythos, bei den Mythos-Cycles so und das ist auch hier so, Medomais Prophezeiung ist, äh, meine Seth McKinnon-Karte des abgelaufenen Jahres ganz, ganz toll. Ja. Schaut euch mal die Illustration von Gideon an aus dem Gideon Spellbook bla bla bla. Das ist weird zu sehen, wenn er einen dieser, dieser Planeswalker zeichnet. Ist interessant, aber ja, seine große Stärke liegt bei Karten wie dieser Medomais Prophezeiung. ist, wow, schön. Einfach wunderschön und zeigt auch hier, dass er sicher ist in diesen Formaten. So ein extremes Hochformat zu zeichnen ist auch nicht so leicht. Also wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang über Seth McKinnon reden, aber ist ja nicht gesagt, dass wir das nicht noch tun werden im Lauf des Jahres. Jetzt geben wir ihm erst mal den Preis für den Tasty MDG Illustrator of the Year. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele IllustratorInnen haben eigentlich im Jahr 2020 veröffentlichen dürfen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es auch nicht. Würde mich mal interessieren. Ich glaube, es sind mehr geworden. Also ich glaube, Wizzards achtet jetzt schon drauf, dass sie ihren IllustratorInnen-Pool möglichst auch diverser aufstellen. Dass sie auch das, was sie illustrieren, haben sie ja schon immer versucht, jetzt diverser aufzustellen. Und jetzt haben sie es auch, glaube ich, auch eingesehen, dass das nicht nur, weiße Dudes sein sollten, die da Sachen aufs Papier malen. Und ja, das ist für uns auch eine schöne Gelegenheit, den Newcomer oder die NewcomerInnen in dem Fall auch vielleicht of the Year zu wählen. Also bei mir ist es auf jeden Fall eine NewcomerInnen geworden. Schieß los. Wer ist es? Bei mir ist es geworden eine niederländische IllustratorIn Ilse Gort. Die ist mir tatsächlich aufgefallen. Die hatte ihr Debüt dieses Jahr in Icorea und hat auch außerhalb von Icorea nur noch eine andere, also nicht nur eine andere Karte, aber eine andere Karte mit einer figürlichen Zeichnung, also einem Menschen drauf illustriert. Und zwar war das Teferi. Hat aber sonst sich empfohlen, dieses Jahr für mich als Illustratorin von Tieren und von schönen, positiv, stolzen, von ja, schönen Tierillustrationen. Und in Icorea war das natürlich die beste Gelegenheit, das auszuleben. Wir haben das verlinkt, was sie alles illustriert hat. Also der Prowling Felida ist eine Karte, die im Gedächtnis bleibt. Also die hat mich sofort angesprochen und der Prowling Felida hat mich fast angesprungen. Also sie ist mit 20 Jahren quasi gestartet in ihrem Magic Assignment und sie hat auch einen ganz tollen Twitter-Thread verlinkt. Das scheint so eine Sache zu sein unter Illustratorinnen. Warte, 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 hast du gesagt 20 Jahre? Ne, 20 Karten. 20 Karten, okay. Ich dachte, die ist erst 20 Jahre alt, wo ich dachte, das haben wir denn hier für ein Wunderkind. Ja, okay. Und hat in ihrem Twitter-Thread auch nochmal dargelegt, wie sie zu diesem Assignment gekommen ist, wie sie zu Wizards gekommen ist, wie sie zum Zeichnen gekommen ist. Es geht los mit einer schönen Gegenüberstellung in diesem Stil, wie gerade die Memes laufen im Internet. How it started, how it's going und man sieht bei how it started, wie sie im März 2001 von einer Verpackung ein Pokémon abgemalt hat und dagegen hat sie geschaltet quasi ihre Illustration von Prowling Felida und es ist wirklich schön zu sehen, wie sie sich entwickelt hat. Es ist berührend zu lesen, wie sie da hingekommen ist, durch welche Höhen und Tiefen sie gegangen ist. Also lest es gerne nach und nachdem ich das gelesen habe, bin ich noch mehr begeistert von ihrer Art und ihrem Stil, weil es einfach so eine positive Illustrationsenergie in Magic reinbringt und ich glaube, das kann Magic auch gebrauchen, auch vielleicht auch gerade in diesem Jahr und ich würde mir wünschen, in diesem Jahr noch mehr von Ilse Gord zu sehen. In Kaldheim ist er auf jeden Fall auch schon wieder dabei. Also von meiner Seite aus ist es Ilse Gord, die Newcomerin of the Year. Dann mache ich den Abschluss. Der Newcomer of the Year 2020 aus meiner Sicht ist Jarrell Threat. Jarrell Threat hat im Jahr 2020 genau zwei Illustrationen veröffentlicht und keine davon wurde auf einer Magic-Karte gedruckt. Wie kann das sein? Er hat nur digital veröffentlicht, veröffentlichen dürfen leider. Also seine Karten, sie gibt es quasi in Arena zu spielen und genauer gesagt ist es die Karte in Ruhe, in Frieden, die für mich eben ein ausschlaggebendes Moment war. Rest in Peace, was für Ammon Game Remastered rausgekommen ist. Und das ist mir, die Karte ist mir damals schon aufgefallen, als das Set rauskam, als ich nämlich bei Hipsters of the Coast auf einem ganz tollen Artikel ein Interview mit ihm gestoßen bin, den verlinken wir auch. Da gibt es auch gleich noch ein Video, wo man eben seinen Prozess sieht und hat mich jetzt dazu geführt, mich auch wieder nochmal ein bisschen mit ihm zu befassen. Und das ist tatsächlich einer der, dessen große Vorbilder, wie ganz zu Beginn schon erwähnt, sind die großen Magic-Illustratoren. Und er hat tatsächlich auch bei einem dieser Illustratoren gelernt, Donato Giancola, ich weiß nicht, wie viel er bei ihm gelernt hat, also wie lange er bei ihm sozusagen Unterricht genommen hat in irgendeiner Form, aber gab es wohl, und man kann das tatsächlich auch in seinen Zeichnungen sehen, das ist ein Bild, was er digital skizziert hat und dann analog fertiggestellt hat mit Öl, in Öl. Und er hat dieses Bild danach auch verkauft und um zu zeigen, dass auch andere seinen Wert tatsächlich schon erkannt haben, dieses Bild von Essence Scatter, was von Sepp McKinnon für 8000 Dollar weggegangen ist, dem steht ja nicht so viel nach. Sein Bild ist für zwischen 5.000 und 6.000 Dollar weggegangen. Das heißt, der Art Market, der Magic Art Market, der hat ihn auch in gewisser Weise schon erkannt und im Interview, auch wenn bisher von ihm noch nichts weiter rausgekommen ist, noch keine weitere Karte veröffentlicht wurde, hat er schon gesagt, er wird weiterhin für Magic illustrieren und ich hoffe, hoffe, hoffe es, denn was ich vor allem bei ihm herausstechend fand, war eben wie herausstechend sozusagen, wie plastisch seine Illustrationen sind. Also wir sehen hier eine Draufsicht auf eine Mumie, die eben auf einer Bahre von vier anderen Mumien weggetragen wird oder die so dran knien, man weiß es nicht genau. Also irgendwie werden die so knien die so drunter und tragen das wahrscheinlich weg. So man sieht halt irgendwie von oben drauf diese komplette Mumie und der Lichtfall, der irgendwie scheinbar irgendwie von 10 Meter weiter wegliegenden Eingängen in diese Tempelhallen hineinfällt, der scheint dann so in zwei diagonalen Streifen über diese Mumie drüber und das ist ganz toll. Das ist wirklich, das vermittelt wahnsinnig viel Stimmung. Es hat einen sehr hohen Detailgrad und wenn man eben dieses Video von ihm anschaut, wo man dann zum Teil reingezoomt eben sieht, wie er mit wenigen Pinselstrichen diese oder was heißt wenige Pinselstrichen, es sind viele Pinselstriche, ich glaube in vier Farblayern hat er quasi dieses Bild herausgehoben, herausgeschält und was so total langweilig und symmetrisch aussieht, das hat sehr, sehr viel Asymmetrie da drin und macht das Bild immer wieder interessant und das finde ich spannend. Auf den ersten Blick super simpel, einfach zu verstehen und auf den zweiten Blick offenbaren sich ja echt Welten und es eben auch eine Illustration, die in großer Größe gut funktioniert und ich freue mich sehr darauf, weitere Arbeiten von ihm zu sehen. Jarrell Threat ist mein Newcomer of the Year 2020. Wow, da haben wir euch jetzt hoffentlich was zum Nachdenken gegeben und vielleicht auch zum Feiern, also das, also wir haben auf jeden Fall gefeiert über diese ganze tolle Magic Artwork in diesem Jahr. Ja, Geis, wie geht es dir jetzt nach dieser, nach dieser Prämierung, sag mal Prämierung, Preisverleihung? Prämeration, Präservation, habe ich jetzt nur noch im Kopf, nachdem ich die Mumie gesehen habe. Wow, ganz, ganz toll, das war so lehrreich, sich einfach alle Illustrationen konzentriert anzuschauen mit der Frage, was würde ich als die Beste auswählen? Und deswegen ist meine große Frage an alle, die zuhören, schickt uns auf welchen Kanälen auch immer, schickt uns bitte zu, was eure herausragenden Illustrationen aus dem Jahr 2020 sind. Was ist euch im Gedächtnis geblieben? Das ist übrigens ein sehr, sehr guter, sehr, sehr gutes Maß, finde ich. An welche Illustrationen man sich zuerst erinnert oder welche man sofort wiedererkennt. Ja, welche ist das? Schreibt es uns auf jeden Fall. Zum Beispiel, jetzt muss ich unserem Dessert schon ein bisschen vorweggreifen, aber zum Beispiel findet ihr uns auf Twitter unter at tasty-mtg. Genau, und wir wollen mindestens 1876 verschiedene Antworten bekommen, weil so viele Karten gibt es und so viele Hörer haben wir natürlich wahrscheinlich auch. Ja, aber ja, ich glaube, ich brauche jetzt was Süßes zum Dessert. So ein nettes Pralinschen. Oh ja, eine Praline. Ja, sehr viel mehr passt auch nicht mehr rein. Schlussakkord für heute auf jeden Fall. Schlussakkord für heute. Ich bin ganz schön durch, aber mit einem kleinen Dessert wollen wir uns noch von euch verabschieden. Genau, wir haben eins rausgesucht, das passt zu dieser Folge. Und zwar hat es der eine oder andere vielleicht auch schon gesehen in anderen Magic-Kanälen oder auf Twitter. Es gibt einen Dienst oder eine Firma auch aus den Niederlanden, die über ein Kickstarter-Projekt eine tolle Idee verwirklicht haben und das jetzt quasi als Unternehmen führen. Und zwar nennt sich das Alter-Sleeves. Was sind Alter-Sleeves? Ihr kennt ja vielleicht diese schöne Hobby, Karten zu altern, also mit feinsten Pinselstrichen über ein bestehendes Motiv zu malen, das zu erweitern, vielleicht auch diesen hässlichen Magic-Rahmen da wegzumalen und das ganze Bild Full Art auslaufen zu lassen. Und nicht jeder von uns ist jetzt künstlerisch so bewandert, kennt jemanden, der künstlerisch bewandert ist und möchte aber trotzdem quasi diesen Effekt haben. Und da greifen jetzt Alter-Sleeves an. Das sind quasi Inner-Sleeves, also Sleeves, die haargenau um die Karte herumpassen und die quasi aufgedruckt haben, eine Veränderung des Motivs oder des Rahmens oder der ganzen Karte. Und damit könnt ihr euch eure Karten so gestalten, wie ihr das wollt. Es gibt, Künstler können sich da anmelden, können Motive hochladen. Es gibt auch ein paar alberne Sachen, habe ich heute nochmal geguckt. Also jemand hat, glaube ich, immer den gleichen Hund hochgeladen, egal für welche Karte man da sucht. Aber es gibt auch für Commander besonders, gibt es ganz tolle Alter-Versionen. Und ich habe gesehen, für einen bestimmten Secret-Lehrer-Trop, den wir nicht nennen, der dieses Jahr rausgekommen ist, gibt es auch Alter-Sleeves, die das Ganze ins Magic-Universum überführen. Inklusive Änderung des Namens der Karte. Ist das einfach so, ist das so ein Sleeve, wo man nicht durchgucken kann? Ja, genau. Man kann schon durchgucken. Aber sehr viel der Karte wird abgedeckt, inklusive des Namens. Ähm, genau. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört, hast du schon mal gesehen, schon mal reingeguckt? Ich habe das natürlich gesehen, ja, ja. Ich folge so ein paar Alter-Roarn bei Instagram und die zeigen manchmal, wenn sie irgendein neues Sleeve haben und so oder irgendwas verkaufen wollen. Und das ist schon ganz, das ist schon witzig, auf jeden Fall. Ich habe es aber selber noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, wie cool sich das anfühlt irgendwie, ob man dann, keine Ahnung, ob, ja, wie der Effekt ist. Hast du es mal live gesehen? Hast du es mal live gesehen? Nee, noch nicht. Also, mich würde es echt mal interessieren, wie gut der Effekt ist, wie groß die Täuschung ist. Also, ich spiele mit der Idee, mir mal einen zu bestellen und es auszuprobieren. Habe mich aber nicht dazu durchgerungen. Aber, also, die Idee ist pfiffig und ich kann mir das auch vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Also, gerade, wenn man dann am Commander-Table mit so einer georderten Karte da auftritt, das ist, glaube ich, schon, es passt zum Commander-Spieler, finde ich. Sieht auf jeden Fall abgefahren aus. Also, ich sehe hier immer 6 Euro kostet so ein einzelnes Sleeve eigentlich. Hast du dich da mal reingeschaut, was da so die Preise sind? Genau, 6 Euro ist, glaube ich, so der durchgängige Standardpreis. Ich weiß nicht, ob es da abweichend nach oben geht. Aber viele, die ich gesehen habe, sind so 6 Euro. Dann kommen noch, glaube ich, 2 Euro Versand dazu. Wie gesagt, die verschicken aus den Niederlanden und dürfte wahrscheinlich auch nicht so allzu lange dauern. Also, es ist auch schön, dass mal sowas in Europa entsteht und nicht den weiten Weg über den Atlantik gehen. Ja, Dragon Shield. Guck mal, Dragon Shield, die Custom-Sleeves von Dragon Shield, auch Europa, ne? Und Custom-Play-Mats, wo du dir einfach wirklich für einen guten Preis eine Play-Mat machen lassen kannst, auch sogar in Deutschland. Da sind wir schon ganz gut bedient, überraschenderweise. Genau, also wenn ihr da Magic-Kunst nicht nur da mitspielen wollt, sondern auch euer Spielmaterial darin einpacken wollt, da gibt es schon gute Möglichkeiten, das in hochwertiger Qualität zu machen. Ja, und mit den All-Sleeves, würde ich sagen, gehen wir auch raus aus dieser kunstreichen Magic-Folge. Die Geist hat schon gesagt, wo ihr uns finden könnt. Wir freuen uns auch über Kommentare, entweder auf unserer Website oder bei Apple Podcasts oder in dem Podcast-Player auf der Plattform, wo ihr uns hört. Das würde uns freuen. Schreibt uns doch mal, wie ihr uns findet oder schreibt uns eure Lieblingskarte da rein. Lieblingskarte, unbedingt Lieblingskarte. Also Lieblingsillustration, wollte ich natürlich sagen. Ja, es hat mich mega gefreut. Martin, wir müssen das öfter machen, aber wir machen das ja tatsächlich öfter und bald auch mit Kaltheim, würde ich sagen. Ja. Dass wir wieder, auch da wieder unsere Lieblingsillustration, die beste Illustration des Sets küren. Und wie gesagt, dieses Jahr verspricht wieder, nicht minder hochwertig zu werden, wie das letzte Jahr. Das sieht jetzt schon alles ganz toll aus. Die Showcase-Frames werden fortgeführt, die doppelseitigen Karten und jetzt der Tybalt, der bereits gespoilt wurde, der eben in drei verschiedenen Varianten und als modale doppelseitige Karte sozusagen gedruckt ist, also quasi insgesamt mit einer Kartenidee mit sechs verschiedenen Illustrationen versehen wird. Das ist cool. Also das goldene Zeitalter der Magic Illustrationen geht weiter und wir kriegen sehr, sehr viel geboten in wirklich unterschiedlichsten Stilen. Also das ist ja auch immer Raum dafür, abgefahrene Sachen auszuprobieren. Und das finde ich cool, dass Wizards da ausprobiert, testet, rumspielt. Und wir freuen uns, diese Karten aufzureißen in den Boostern. Also die Booster aufzureißen und die Karten drin zu finden. Da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns mit euch drauf. und ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören bei dieser kleinen Preisverleihung, die wir gemacht haben zum Start ins neue Magic Jahr. Wir sehen uns beim Commander, Martin. Mach's gut. Bis bald. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020